Musik Hey, wisst ihr, bei uns in der Wand steht das, was der Chef selber ist, das heißt, wir fahren natürlich die Ski alle mal, die wir da stehen haben und genauso haben wir es natürlich auch mit Faction Ski gemacht, findet er bei uns an der Wall of Fame und heute haben wir die getestet, mal alle, die Agent-Serie und ich will gar nicht so viel dazu erklären, weil hier ist nämlich der Stefan dabei, der war früher sogar mal bei uns Teamer gewesen und ist der Verkaufsleiter von Faction und kennt sich damit richtig aus und erzählt euch ein bisschen was zu den Agents. Genau, ich glaube, wir hatten heute einen relativ cool Tester, also die Gesichter von Sport 65 sehen auf jeden Fall glücklich aus, das ist mal ein cooles Zeichen, die Agent-Serie von uns, unsere abfahrtsorientierte Tourenserie für jeden, der einfach den Kompromiss zwischen Performance und Gewicht sucht. Die perfekte Serie vom sehr aufstiegs- und pistenorientierten 1.0er bis zum 4.0er, der dann einfach sehr, sehr freeride-spezifisch ist, ist alles dabei. Über die komplette Agent-Serie ist auch diese Sustainability- und Nachhaltigkeitsstory ausgerollt, das heißt, wir haben die Partnerschaft mit One For Set For The Planet, mit Protect Out Winters in der Schweiz, das heißt, es ist einfach eine runde und lässige Geschichte und ja, mit unserer wichtigste Serie in Deutschland und Österreich. Ja, wir sind ein kompletten Ladenteam hier und probieren die Ski aus. Ja, und jetzt hau ein bisschen zu fast, auf geht's Andi, schauen wir mal. Musik 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 Richtig geil. Richtig geil. Der Agent. Coole Skiserie. Echt top. Jetzt haben wir die neuen Faction Ski für euch getestet und zwar auch genau dort wo sie hingehören, nämlich im Paula. Es gibt gar nicht viel zu sagen. Einfach total geil. Stellt euch selbst mal drauf, probiert sie oder kommt bei uns vorbei und dann finden wir den richtigen Faction für euch. Hat, glaube ich, jedem Spaß gemacht. War ein lässiger Tag. Ich fand es super. Richtig geil, weil die Ski sind schön so ausgewogen, ausbalanciert. Man kann die wirklich super fahren, auch wenn es mal ein bisschen aufgeworfen ist. Den Aufstieg haben wir jetzt nicht probiert heute, weil seit zweitens kein Aufstiegsmetter, aber ein Fuß vor den anderen soll damit nicht funktionieren. Absolut. Also probiert es aus, kommt vorbei. Stefan, danke. Sehr, sehr gerne. Und ab auf die Piste.